jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von der division so wir machen weiter so das ist nicht gut keiner hat irgendwas gedroppt was ich gebrochen kann das ist natürlich wieder mega ärgerlich keiner mit dem medikit keiner mit dem medikit das kann mich natürlich wieder killen ehrlich gesagt aber egal wir machen das schon irgendwie natürlich es heißt die hätten den garden ziemlich verwüstet es hätte meinem vater das herz gebrochen ihn so zu sehen wir haben uns hier oft spiele angesehen ich glaube es ist ganz gut dass meine eltern das alles nicht mehr mitkriegen und dann denke ich an die leute die trotz allem weitermachen für die tun wir das hier agent holen sie sie raus der weg zu kobe führt durch kontaminierte bereiche hier sind viele kranke leute behandelt worden bevor sie erschossen wurden also passen sie auf der weg tue ich das nicht immer du kennst mich doch oder nicht ok ist hier im prinzip gar nichts mehr kann ich mit der tasche was machen ok das haben sie also hier nicht kennen das glaube ich naja sieht nicht so aus ok obwohl das war in der tür wer sind wir denn hier ich habe nicht hingeguckt aber es ist auch nicht verkehrt ich habe jetzt wieder full health man könnte mal das war sogar mit absicht was ich hier gemacht habe ich habe jetzt wieder full health das war jetzt garnicht so blöd von mir das last man battalion ist völlig irre das lmb macht mir angst scheiße das kann nicht wahr sein erledigt den wichser ich glaube sie ist mir nicht ich glaube sie ist mir nicht ich glaube sie ist mir nicht die Das ist kein Spaß du Opfer! Ja, das ist ein Rad über das! Ja, okay, das wird nicht Das ist kein Spaß du Opfer! Ja, okay, das wird nicht Ja, okay, das wird nicht Ja, okay, das wird nicht Spreng ihn aus der Deckung! Das ist kein Spaß du Opfer! Du sagst du Tunnel! Du hörst auch rumzugammeln! Der ist doch hinüber! Der Idiot tut mir echt leid! Lock ihn raus! Du bist der Mistkerle! Das ist ja nur ein, oder? Der Idiot sollte nicht mehr sein! Du bist tot, Mann! Du bist tot! Sie müssen! Mach mir das erstmal so! Den ersten haben wir! Weil wir gleich rauslassen! Du sollst doch eigentlich das machen! Das ist nicht wahr! Ich hab ihn doch erledigt! Was ist doch alles nicht mehr wahr, Mann! Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich hab ihn doch erledigt! Ich hab doch ihn getötet! Warum sterb ich denn? Der hatte doch nichts mehr! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Also, ich geh mal hin! Haben die jetzt mehr Helf, oder was? Du hast was zu tun ist! Hör drauf rumzugammeln! Äh, haben die mehr Helf vor jetzt? Alter! Verstatt ihn raus! Ach, sie haben ihn! Schaltet den Bastard aus! Nicht lauter! Ah, sie haben ihn! Ach, sie haben ihn! Ach! Aber verliert keine Zeit! Ach, sie sind fast tot! Du Horenzauern! Das alles gehört uns. Du musst nachlassen. Du hast keinen schlechten Tag. Bis jetzt ist der Tag nicht ganz so einfach. Oh mein, das ist wie die Hose geht. Das war in der Beta deutlich einfacher. In der Beta hattest du drei Medikits an. Wieso kann ich jetzt mittlerweile nur zwei mitnehmen? Das war mal so einfach hier durchzukommen. Das war so was von einfach. Ohne Probleme ohne sonst was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mal. Du bist völlig frei. Du versteckst du. Du hohen Sausch. Komm mal her. Falscher Stand HFB. Falsch abgewogen. Wallert ihn da raus. Da kommen immer mehr Leute. Das ist kein Spaß du Opfer. Da wird jemand einen schlechten Tag haben. Nehmen uns den Kopf los. Das war mal. Komm von hinten. Geht ihm den Gnadenstoß. Tut was zu tun ist. Loppt ihn auf mit dem Gammeln. Das wird dir noch leid tun Kumpel. Okay, okay, okay. Geht mir Deckung. Der versteckt sich noch. Hört auf rumzugammeln. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Der versteckt sich noch! Geht ihm den Macht auf! Der versteckt sich noch. Auf geht's! Down he goes Leute 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 So ich muss irgendwie ein Möglichkeit ansetzen Den Kopf offen halten und Ruhe bewahren Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich bin aber noch in Sicherheit Jetzt kommt ihr nicht Wie? Alter, wie kann der mich wegholen, wenn ich in Deckung bin? Ehrlich, ich kapier das momentan nicht Das war nicht mal in der Beta so Wenn du in Deckung warst, warst du in Deckung und dann kannst du nichts mehr machen Wie kann er mich denn da wieder wegholen? Ich kapier ehrlich Den Kopf unten halten und Ruhe bewachen Ich bin jetzt hier, wie kann er mich denn jetzt hier wegholen? Von rechts kommt nichts Ah, ruhig, 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 ruhig Guck hin, guck hin Guck hin, guck hin Willst du mich verarschen? Willst du mich völlig veralbern? Willst du mich vollkommen verarschen? Guck hin 1 Ich bin da drin, ich bin da drin Ihr müsst ihn kriegen Pass auf, pass auf Pass auf Gute, ich bin da drin Ich bin da drin Warte, wo ist, wo ist Warte, wo ist, wo ist Oh nein, wo ist Wo ist denn da drin? Wo ist denn da drin? Ich bin fast, oder? Steck mich, ich lade noch! So... You go fucking nowhere! Go, 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 go! Die ist erledigt! I told you, I told you! Scheiße, komm schon, komm schon! Can you see me? Die ist erledigt! Ich hol sie mir! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent! Bewegung, Leute! Den gleichen Weg zurück! Ja, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Warte mal kurz, ich will mir kurz mal was anschauen. Wenn das Kill, was ich jetzt vorhabe... ...nicht mit zu erwarten... ...dann kann ich diese Dings nicht anlegen, diese Sicherheitsmaske? Scheinbar aktuell nicht, ne? Kann ich aktuell gar nicht, okay? Alles klar! So alt, was ich mitnehmen kann, wird mitgenommen. Ich muss noch irgendwas übersehen. Schau mal nicht. Ok, gut. So liebe Leute, mach mal hier mit Freuung weg. Machen wir mal viel zuschauen bis zum nächsten Pfad von City Vision. Bis dahin, haut rein und tschüss.